Und zwar ist der über dem Agency-Bunker und ich hab mir schon gedacht, hier muss noch irgendwas kommen, hab ich gedacht. Hier muss noch irgendwas kommen und ja, es ist was gekommen. Was ist das, Leute? Was hat das zu bedeuten? Ja, fast läuft. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Brookhaven-Secret-Video. Leute, wir haben schon wieder ein neues Secret gefunden, also glaub ich zumindest. Ich weiß nicht, ob es schon jemand gefunden hat, es ist eigentlich relativ offensichtlich, aber ich habe es jetzt erst entdeckt. Leute, kurze Klarstellung, alle Secrets sind gerade aktiv, also die Blöcke sind aktiv, dann dieser geheime Schulraum ist aktiv, wirklich das Portal ist aktiv, also alle Secrets, die wir bisher kennen, habe ich aktiviert. Das dauert immer so eine halbe Stunde gefühlt, die alle zu aktivieren und ich habe wieder ein neues Secret entdeckt. Ich dachte erst, dass das zusammenhängt mit gestern, mit den beiden Schaltern, aber es ist wohl nicht so. Und zwar, Leute, können wir das hier sehen? Ist mir aufgefallen, aber ich weiß nicht, nach welchem Secret das kommt. Auf jeden Fall, diese zwei Sachen. Und ich dachte, ich zeige es euch sofort, ich dachte erst, dass das damit zusammenhängt, dass wir die Schalter angemacht haben. Aber ich zeige euch gerade, also auch dieser Schalter für Zombie oder Mr. Brookhaven oder was auch immer oder der Alien. Aber ich zeige es euch einmal ganz kurz und zwar ist das hier, sind das diese Schalter, die ich meine. Hier, ihr könnt sehen, die sind aus. Wir machen sie sicherheitshalber trotzdem nochmal an. Vielleicht brauchen wir sie gleich nochmal. Was das für ein Secret ist, es ist ziemlich wild. Ich dachte erst, okay, es wird ein Zug durch Brookhaven fahren. Wirklich, das ist jetzt kein Mythos oder so. Also klar, es ist ein Mythos, aber ihr werdet es jetzt sehen. Ihr werdet es jetzt sehen. Und zwar ist der über dem Agency-Bunker. Und ich habe mir schon gedacht, dass, weil, also, hier bei der Agency und so ist es ja, also, hier muss noch irgendwas kommen, habe ich gedacht. Hier muss noch irgendwas kommen. Und ja, es ist was gekommen und zwar, was ist das, Leute? Wir können ja mit der Leiter nach da oben und man kann sich auch, glaube ich, durchglitschen. Das werden wir gleich mal testen. Also, was ist das? Also, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das für das, für den Werbebanner, glaube ich. Was leuchtet hier so blau? So, und wir können jetzt, also, hoch können wir so hier nicht. Aber wir sehen, dass, wenn wir jetzt mit der Leiter, müssen wir ein bisschen weiter hier, genau, du könntest hier spawnen. So, und da werdet ihr gleich, so, es geht hier weiter. So, aus diesem Grund werden wir jetzt Folgendes versuchen. Wir können uns ja mit dem Schlafsack hier nochmal reinglitschen. Ich versuche es zumindestens. Äh, ja, okay. Lässt nicht ganz zu. Also, was ist das für ein Secret, Leute? Wir sehen noch, okay, es geht in diese Richtung. Aber es ist, ich versuche es mal von dieser Seite. Ihr seht das, ne? Okay, es geht nur bis hier oben, glaube ich. Aber vielleicht befindet sich da was drauf. Und das würde ich ganz gerne eigentlich sehen. Wir könnten natürlich Folgendes versuchen. Also, wir können uns vielleicht versuchen, hier durchzuglitschen. Ich lasse mal kurz die Leiter hier. Also, ich weiß nicht, ob das, ja, ob das Gleisen werden sollen, oder ob das eine Leiter ist. Ich weiß es nicht. Ne, es kann natürlich auch irgendwie vieldimensional sein, da das sozusagen der Zug nach oben, nach unten, nach rechts und nach links fährt. Ne? Äh, schauen wir einmal ganz kurz. Wir machen mal kurz hält. Führt ja hier durch irgendwie. So, wir versuchen uns jetzt mal hier irgendwo reinzumanitschen. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rein. Okay. Also, gerade war der Schlafsack hier vorne. Hat der Baum was zu bedeuten? Also, Leute. Ne, wir haben diesen... Ich weiß, es wird wahrscheinlich ein kurzes Video. Aber wir haben schon wieder ein neues Secret gefunden. Was es damit auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Warum wird da was hingebohrt, wenn man da das dann nicht weiterverfolgen kann? Das passt doch nicht. So, äh, wir gehen noch einmal kurz rein. Es interessiert mich schon, wo es danach weitergeht. Das ist super komisch, Leute. Das ist super komisch. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist das ein Zug, der jetzt hier bald durchfährt? Ist es sozusagen ein neues Blue Cabin, was vielleicht entsteht? Und es fährt in diese Richtung. Okay, vielleicht folgen wir dem einmal kurz. Also, es geht in diese Richtung, in diese Ecke geht das. Vielleicht folgen wir dem einfach mal. Also, äh, aktiviert wurde das halt, nachdem wir sozusagen alle Sachen aktiviert haben, glaube ich. Also, ich habe es jetzt erst entdeckt. Es geht halt in diese Richtung irgendwie. Also, es gibt, es gibt Berge, wo man sich reinglitschen kann. Es geht ja sozusagen in diese Richtung hier. Ist es vielleicht hier am Ende was? Fangen wir kurz hier zur Ecke, weil, also, es geht in diese Richtung sozusagen. Vielleicht ist es hier am Ende der Map irgendwas. Ich glaube zwar nicht, aber vielleicht ist da ein Knopf oder so. Ich weiß es nicht. Leute, also, mittlerweile sind ja viele an dem Punkt angekommen, wo sie sagen, hey, ich... Warte, ist da was? Obwohl, achso, das ist einfach nur... Ich fliege mal kurz mit dem Hubschrauber dahin. Sorry, Leute. Also, wir fliegen mal einmal in diese Richtung. Vielleicht ist was auch unter der Map. Ich glaube zwar nicht, aber wir fliegen einmal kurz dahin. Also, hier muss eigentlich irgendwas noch sein, habe ich das Gefühl. Oder wenn wir hier halt... Obwohl, warte, man kann sich, glaube ich... Warte, warte. Man kann sich, glaube ich, in diesem Berg kann man sich, glaube ich... Oh, nein, jetzt ist, glaube ich... Oh, jetzt ist doch die Frau aber weg. Okay, nicht schlimm. Normalerweise konnte man sich in diese Berge hier reinglitschen. Das versuchen wir vielleicht mal. Okay, Leute. Wir haben jetzt hier etwas. Ich gucke mal kurz, ob was... Auf meinem Laptop steht etwas Neues bezüglich dieser Sache. Aber ich glaube nicht. Please do as your told agency knows what's the best for. Ja, wir sind ja wahrscheinlich Doppelagent. Und dementsprechend finden wir vielleicht zu viele Sachen gerade raus. Die Map ist doch hier eigentlich zu Ende. Ja, stimmt. Die ist hier zu Ende. Das ist doch sus. Das ist doch richtig sus. Okay, ich, wie gesagt, fliege nochmal einmal ganz kurz außerhalb der Map. Also, wie gesagt, alles ist aktiviert. Nochmal zur Info. Also, die Energie ist da. Die Blöcke sind alle aktiviert. Es ist alles sozusagen aktiviert, was wir bis heute kennen. So, vielleicht habt ihr schon weitere Infos. Schreibt gerne einen Kommentar oder so. Falls ihr weitere Infos habt. Aber ich fliege jetzt nochmal in diese Richtung. Es könnte halt durchaus sein, dass in diesem Berg irgendwas ist. Vielleicht suchen wir gleich hier nochmal einmal kurz drumherum. Oder hier im Tunnel. Also, die Energie, die haben wir ja schon. Also, jetzt nicht schocken lassen. Es ist ein bisschen sus, dass das da dann offen ist und so. Ist da vielleicht eine Nachricht? Ich weiß es nicht. Okay, alles klar. Es ist nichts hier. Ich fliege aber mal einmal kurz da drunter. Vielleicht haben wir hier was. Ich glaube zwar nicht, weil es führt ja nach oben. Nein. Safe nicht. So, ich gehe noch einmal kurz rein. Beziehungsweise, ich prüfe noch einmal ganz kurz im Schnelldurchlauf mal um den Berg herum, ob da irgendwas ist. Es kann ja nicht sein, dass das nach oben zeigt, wisst ihr. Und da kommt man nicht weiter und... Es ist vielleicht hier was im Tunnel. Es kann ja durchaus sein, dass jetzt hier weiß Secrets sind, ne? Mann, da hat man das mal gefunden, aber man weiß nicht, was damit passieren soll. Ich schaue mal vielleicht hier hinten nochmal in den Raum. Also mittlerweile könnt ihr sehen, dass wir hier ganz viele Sachen schon aktiviert haben. Hier steht immer noch Power Off. In diesem Raum hat sich immer noch nichts getan. Aber wie gesagt, das hier, ne? Das ist sehr, sehr sass. Ich möchte doch einfach nur hier durch. Wenn das hier schon so angezeigt wird, dann kann man doch bestimmt... Warum fördert das mich immer wieder heraus? Aber ich habe das Gefühl, diese Sache hier, das muss doch auch irgendein Hinweis sein. Wir gucken uns mal hier in diese Wand zu spawnen. Ja, das hört hier halt mitten auf. Vielleicht muss das weitergebaut werden. Okay, Leute, wir haben ein weiteres Secret. Was es zu bedeuten hat, werden wir dann hoffentlich noch checken. Aber wir machen weiter. Wir machen weiter, wir machen weiter. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Vielleicht muss man wieder ein paar Lichtschalter und so umswitchen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben ein neues Secret. Leute, wenn ihr weitere Secrets gefunden habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sind weiter dran. Mal gucken, ob was zum Wochenende passiert. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen. Okay, Leute, wir sind uns beim nächsten Mal. Tschö. 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 Vielen Dank.